Guten Morgen, hallo Süßigkeit. Na, hast du wieder probiert, die Klinke runter zu drücken, du Süßbär? Das machst du ganz toll. Ja, hast du wieder im Taubiezimmer geschlafen. Aber jetzt hast du gesagt, reicht, ja? Hallo Kapu-Bärchen. Oh, Mabelmaus auch schon unterwegs. Guten Morgen, Mabelchen. Ah, ja, für heute Nacht ein Eichen rausgekullert. Beide wieder rausgekullert. Hallo Schnucki-Wutz. Ja, ja, ist nicht schlimm, ne? Ja, passiert euch immer. So, Eichen wieder drin. Okay, upsie. So, Zwergelchen, du möchtest doch bestimmt mit rüberkommen. Ja, prima. Achtung. Kriege ich jetzt Schimpfe, weil du heute Nacht im Taubiezimmer geschlafen hast. Aber das war doch gut. Ja, Zwergelchen will doch ein bisschen mehr Taubi werden. Auch wenn du das noch nicht weißt, dass du das willst. Ich weiß das. Ui, da ist Mabel. Halleluja. Okay, so, wünsche uns allen einen schönen Tag.